das ist doch nicht normal das ist nicht normal leon das ist nicht normal nichts nichts diamanten ja vor allem ich sag schon normal auf einmal finde ich diamanten und ich habe gar nicht das gemeint hey leute herzlich willkommen zurück zu minecraft revo mit dabei wie immer der leon guten tag oder guten abend halb 10 deutschland moment 29 juni es geht weiter mit minecraft revo genau das tolle war ich hatte meinen laptops abgestürzt und ich war halt wieder ich war halt noch auf dem server drauf kacken soll nicht auf dem server ach warte ich hab doch was vergessen sorry du musstest du eigentlich drauf können hey wieso ich bin auch schon drauf bist du drauf mach es trotzdem mal restart ich den server einmal ganz kurz ich schneide auch nicht raus ich weiß egal ganz ehrlich jolo bäcker ohne so weiter drauf das gute ist ich kann wenn es der folge musik hören das hört man nicht ja das könnte ich eigentlich auch dann müsste ich keine mehr hinter schneiden ich würde eigentlich auch gehen ich kann mal spielen spielen ich kann einfach übernimmt oder wenn der nehmann bezeichnet einfach die musik machen die mal auch eine aufnahme hat du bist gar nicht auf dem server ja ich bin auch im dingsmenü du Opfer ach ok so jetzt ok zeigt mir auch eine konsole an ich bin in der Höhle drin und ich habe Gold nice das tolle war mein laptop war abgestürzt und deswegen war meine aufnahme weg und deswegen machen wir es einfach so dass ach hier war anscheinend eisen und ich habe jetzt einen gang gefunden mache ich schon was für euch jede zweite folge teilen wir auf das heißt ich hab die ungeraden zahlen und er die geraden das heißt die zweite folge kommt nur bei ihm und nicht bei mir und die dritte folge kommt nur bei mir und die vierte nur bei ihm und so weiter und so fort und weniger arbeit zweitens ihr müsst nicht zweimal dieselbe scheiße gucken und ja ich würde sagen er profitiert hier davon es ist echt nur blöd wenn was lustiges oder spannendes bei mir passiert dann sieht man es nicht ja na egal so ich hätte auch noch überlegt andere Leute ins projekt reinzunehmen aber das das ist wieder gescheitert Wasser einbruch was ich bin höher drinnen Spitzhöcke schraut ah hat noch Bergmann perfekt Sticks ach ich hab hier rüber noch noch Spitzhöcken wie schlauer Kopf ich hab noch welche rauf vorrat gemacht und ja ich behalte ihn mir mental die kaputte damit ich hier am Ende zusammen mit jemand zusammen machen kann ich weiß nicht welche höhe ich bin welche höhe bin ich ich bin in einer Höhle gerade wie du vielleicht mitbekommen hast weil ich es gerade gesagt habe ja ich weiß hier ist Kohle ist auf jeden Fall schon mal ordentlich Eisen ist auf jeden Fall schon mal ordentlich Eisen ich hab grad 13 ähm also bei mir läuft es flüssig und bei dir? bei mir auch ok ok und das höre noch drauf läuft auch ganz ok ganz ok nur so 100 MB im Losing aber läuft nur so ok naja ich hab schon 10 halb Level was hast du denn schon? 6 ok dann werden wir das ja wahrscheinlich jetzt so machen falls du jetzt tatsächlich da dir das finden würdest müsstest du deinen Ofen aufstellen und dann direkt Eisen brennen oder hast du schon gebranntes Eisen? nein ich hab aber 30 ich hab aber jetzt schon 31 verarbeitet ist alter schau das und das Flex steht sich gerade weil ich bin in der Höhle da ist ziemlich viel Eisen drin ja ja klar ich bin grad dabei richtig viel Kohle abzubauen hab jetzt schon ja du hast ich Kohle und das Eisen ja passt eigentlich perfekt so so könnten jetzt eigentlich beide damit schon eine Eisenrüstung machen ne? aber ich würde eher sagen ich sparen wärs mal das Eisen bräuchten 48 Eisen aber jetzt sparen hast du eigentlich Minecraft was? was hast du eigentlich auf Minecraft gestellt? hast du Deutsch oder Englisch? Deutsch oh wo? hey wieso? im Englisch ne das ist wohl so Eisen nice nochmal Eisen nochmal Eisen nochmal Eisen äh Eisen und Eisen äh gar nicht mal so wenig das sind schon so 6 hm ja ich kann kein Mathe sorry mit welche Auflösung spielst du eigentlich äh texture pack was? welche Auflösung spielst du äh äh texture pack das sind 64 64 ah ok gut weil ich finde 32 kann ich nicht spielen 128 jajajaja Slash me ne 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 wie kommst du denn darauf? ähm hm hm Sternchen wieder die Windows-Fehler-Meldung ah schon ja? ja ich sag aber jetzt einfach ähm fick dich und ähm Windows-Microsoft du bist so Müll alter ich hoffe mal wenn Windows 10 rauskommt dass das alles behoben wird ähm eigentlich Windows 7 ist das beste Betriebssystem nur hat den Windows einen Taskmanager Halt die Fresse ja ist das wirklich so ey der ist der den besten finde ich der ist viel zu unübersichtlich finde ich ich mein beim vornehmen Windows 8 kannst du auch noch ein Festblatt und sowas alles sehen im Netzwerk und das kannst du kannst ja nur bei dem kannst du nur RAM und CPU sehen ja braucht man auch nicht ich finde wenn man zum Beispiel Sachen eine Festplatte formatiert oder so würde ich auch gerne wissen wie stark die gerade arbeitet oder sowas redstone redstone aber ich kann sich ablaufen nice ähm nice ich könnte jetzt mal schon einen Ofen machen und ich hab 24 Eisen direkt eine Eisenrüstung aber das lohnt sich überhaupt nicht mach einfach mal ich mache ich mache mach einfach mal acht Öfen ich werde eh genug cobblestone haben ey ey warum bekommen wir jetzt warum bekommen wir jetzt jetzt ein Achievements weil du die vorherigen noch nicht freigeschaltet hast ähh ich möchte mich mal drehen je ey ey redstone kann ja auch nicht bauen ja eben deswegen stelle ich gerade den Ofen auf alter wie ey das ist doch nicht normal tja das ist nicht normal Leon was denn das ist nicht normal was denn nix 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 DIAMANTEN ja ja vorlieg ich sag schon normal auf einmal finde ich diamanten und ich hab gar nicht das gemeint so stelle ich direkt eine Bergbank auf ich hab doch direkt schon Eisen gebraten eigentlich perfektes timing alter zwei vier fünf ich kann auch noch mal ein bisschen außen rum so mal gucken ob hier irgendwas noch ist also zwei Dierschwelle oder also ein Dierschwelle Pixhack ist auf jeden Fall drin 5 ja aber ich würde erstmal sagen dass wir die erstmal behalten ich meine das soll man mit einem Dierschwelle anfangen aber nice dritte folge direkt schon 5 Diers find ich nice aber da werden wir natürlich auch schon ziemlich gut equippt ne jo wenn das so weiter geht können wir uns schon Eisenrüstung machen wie viel Eisen hast du 24 also reicht genau für eine weißt du wie viel ich habe wie viel 54 läuft bei dir ich hab aber schon 3 ausgegeben für ne Spitzhacke hier ist nochmal Redstone das ist gut für Level Farming wir könnten die zwei Diamanten für nen Zaubertisch benutzen jo dann haben wir einen Pickaxe für Obsidian dann haben wir einen Pickaxe für Obsidian dann haben wir einen Pickaxe für Obsidian und dann ja gut ob ja gut ob nein OP du schlau ob bist du behindert ob ähm ich glaube ich mal hier ich mache jetzt auch mal das richtige Strip meine eigentlich hab ich immer nur einen Gang gebraben ich könnte eigentlich jetzt noch einen Erfolg machen indem ich dir einen Diamanten zu werfe geil ich bin geil auf Erfolge voll geil ja ich glaube ich einfach mal zu dir rüber ja bloß da wo du bist ja wo bist du eigentlich ja weißt du nicht ich lass das Eisen schon mal ein bisschen schmelzen ich werde das mal auf dem nächsten Ofen mal aufteilen dann geht das doppelt so schnell ähm zack und zack da mache ich mir mal eine Chestblades und Schuhe perfekt das Eisen wird nicht genau reichen das heißt ich werde nicht eine komplette Eisenrüstung haben aber ich habe jetzt schon eine Pickaxe gemacht ich würde gerne wissen wo du bist ja ja ich bin da wo Lara ist nice jetzt brauchen wir nur noch Wasser und dann haben wir schon Zaubertisch ne jetzt brauchen wir natürlich noch Zuckerrohr auf dem Buch ne und Leder das ist das was wir noch brauchen aber ansonsten haben wir alles na ich nehme schon mal hier die Werkbanken alles mit ist das normal dass man äh äh mit im Durchschnitt mit 750 FPS spielt komm drauf an ich meine es ist ja auf meinem eigenen Rechner das Server das ist ja eigentlich wir müssten die FPS ja runter gehen eigentlich oder? oder weil der Server nochmal hilft oder wie? ja ich glaube schon ich geh mal zu dir runter ich bin Dings geil ich sage jetzt einfach mal ähm ich will Erfolg haben da schmeiße ich dir einen Diamanten zu das ist nämlich gibt nämlich einen Erfolg ähm hier Diamanten Diamanten für dich wirfen Diamanten einen anderen Spieler zu das würde ich jetzt einfach mal tun das da ist Redstone das nehme ich mal mit Dick 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 Der hier ist direkt Wasser perfekt dann nehme ich mal ganz schnell einen Eimer und dann ähm nehme ich das Wasser mal da hinten war ja Lava ne dann können wir das direkt zu Obsidian machen könnten quasi schon ein Neta Portal machen hier war der Wasseralarm aber hier ist noch viel mehr Eisen du kannst ja so die Folge nennen genau ist klar wer werdet ihr am Titel sehen dass ich sie so genannt habe oder hier ist noch Gold übrigens ne ja das habe ich glaube ich kann ich abbauen und mach bottom ab 4 5 naja ok hier ist ja ich hab jetzt äh fast die ganze Lava zu Dings gemacht dann mach ich mal ganz schnell ne Spitzsacke ne ja genau und dann fange ich mal an Obsidian abzubauen ist ja perfekt alter wir liegen perfekt in der Zeit so wie lange haben wir schon? 13 ok so dann fange ich mal an ich baue äh ich ich stelle mich aber nicht auf dem Block drauf wer weiß ob da noch Lava drunter ist ja war es muaaaa hab ich aber jetzt weg gemacht da drunter war aber kein hab ich gesehen hab ich gesehen ich hatte aber dann was einmal dabei also ich hätte mich löschen können ich mache jetzt mal so einen Test äh siehst du mich? ne du wirst mich eigentlich das ist ja gerade das ist ja gerade das ist ja gerade so ich baue mal das Dings hier weiter ab ich hab jetzt schon drei also ich baue ich dir nur noch eins dann hätten wir schon den Obsidian dann hätten wir schon den Obsidian also den Dings zauberst du schon mal fertig so wie viel brauchen wir brauchen 10 für den Netaportal wir brauchen wir 6 ja wir brauchen 10 also das heißt 14 nein doch doch nein 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 doch nein warm Junge Gesetzbruch darf nicht sein ich muss die richtigen Sachen in der Folge haben man warm Junge wie viele vier alter Junge Junge wasch da los wasch da los wasch da los aber ich glaub ich werd mit schon so weit gestript ähm aber Dings mach keine Diaspitzöcke dann behalten wir die für uns und dann können wir beide Diaschwärter machen ja das ist gut für mich und dann können wir die nächste Folge verzaubern ja ne ne wir brauchen ja noch Dings Buch ja das heißt Zuckerrohr und Leder oder Death Note hast du äh hast du denn welches was denn äh Zuckerrohr oder Papier oder so nein ich hab einen Rabbitite hab ich ich hätte mal ein Texturmpacket ja eben man braucht vier Rabbitite für ein Leder ok ich hatte mal ein äh Texturepack da sahen die Bücher aus wie das Death Note ich weiß gar nicht wie viele Obsidian ich jetzt habe 11 noch drei Obsidian und dann ist die Folge vorbei ok ja weil wir sind gerade 15 47 aber eigentlich ich hab ja erst bei der Minute äh erst bei der ähm bei einer halben Minute angefangen also es ist eigentlich noch alles easy ähm so weißt du was ich könnte wenn man 502 Texturepack rein tun das sollte ich mal machen nein so ich hab jetzt 14 perfekt ok jetzt würde ich jetzt mal sagen dann ja das war's mit der Folge Leute wenn's euch gefallen hat dann bewertet bei den zwei Däumchen unter dem Video und ja dann würde ich mal sagen stopp dass der wieder runter geht so und ja schaut auf jeden Fall nicht bei Leon vorbei denn er hat ja nicht die Folge gemacht aber er ist natürlich in der Video schon mal verlinkt und dann könnt ihr auch die nächste Folge bei ihm guckt die denn nicht bei mir kommt ja dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal tschüss